nfl week 7 break ist 2019 im pack wo pick your team case break nummer zwei danke an alle fürs mitmachen teams auf der rechten seite beziehungsweise jetzt noch auf der linken seite wir machen eben das giveaway top 3 gewinnen der erste ist im end of the season giveaway kriegt 15 euro für nfl week break nummer 8 was prism ist kommt morgen abend plätze 2 und 3 kriegen jeweils noch fünf euro für nfl week 8 break auf den präsenten ok also viel glück hier wie groß nicht alles wie wo wir mischen durch sechs mal viel glück 1 2 3 4 5 und die top 3 gewinniger gewinner sind die titans gewinnen 15 euro break credit das benjamin und du bist am ende des season giveaway fabio du gewinnst fünf euro break credit für präsent und die jaguars hat holger holger du kriegst noch mal auf 5 euro credit für präsent also nicht vergessen break post ich morgen also muss mir noch gedanken machen in den preisen ok also ob jetzt zum break wir haben im pack also letzte case war nicht so berauschend war okay wir hätten paar nette hits aber kein kracher dabei also noch mal heute ist zeit dafür also viel glück jungs hier wie go eigentlich immer ein cooles produkt morgen ist auf jeden fall präsent breakaway sollte morgen auch ankommen ich hoffe im perkebo basketball kommen morgen an da sind aber noch einige teams frei also der bock hat kann er gerne noch mitmachen ja ich hoffe morgen ich denke mal spätestens am mittwoch sollte es da sein später sollte definitiv nicht werden also viel glück jungs hier wie go erste box im pack über die letzte sollte ohne besser haben wir auch also starten wir mit base für kurt warner und den cardinals und die ist nummeriert auf 50 geht an ken kurt warner all right nächste base ist nummeriert auf 75 und zwar earl thomas the third für die baltimore ravens baltimore ravens on the board weiter geht's mit erste hit für die cowboys daryl johnston vorbeck für die cowboys jersey auto nice auf 75 schöne karte auf 49 alex hat die cowboys break ja die cowboys die dorthin natürlich entschuldigt mal aus gaskin all right nächste hit für kurs paris campbell am start wie immer den haben eigentlich fast in jedem produkt drin auch 75 paris campbell für die in die appels kurs und christian paris campbell paris campbell all right next hit geht an harrison smith und die vikings holger nice on card auf 25 sehr schön harrison smith on card auto für die vikings sehr schöne karte all right next hit geht an nick bosa 49ers und die hart christian rpa nice auf 75 sehr schön kreis christian schönheit nick bosa gar nicht so schlecht gar nicht so schlecht ne vor allen Dingen 49ers ist es hot all right und printing plate 101 geht an ha jemand eine idee es ist die jets jamal adams a 101 printing plate jamal adams für die jets jetz hat die genommen gehabt die jetz sind da merlin kongress 101 printing plate all right das war box nummer eins schöne buster dabei auf geht's zu box nummer zwei hier ist mal darunter mit ein bisschen höher ist damit er nicht direkt sehen können welche hits kommen nächste box wir haben die base und zwar auf fünf base auf fünf green davante adams für die packers nice one für benjamin eins von fünf davante adams all right next base geht an die broncos joe flacco auf 75 joe flacco all right next is in the redemption redemption time here we go viel glück jungs hoffen was gutes wir haben impeccable canvas creation so hört sich irgendwie interessant an ich weiß gar nicht welche das karte nummer 13 geht an matt ryan und die falcons wow nice glückwunsch stefan matt ryan und die falcons sehr cool obwohl er eine miese saison spielt ich habe ihn im fantasy meine güte der versorgt mir einiges diese saison dann lässt du ihn auf der bank und auf einmal macht er dreht er völlig auf ich gucke mal eben wie die nummeriert ist weil ich glaube die sind sogar tiefer limitiert wenn mich nicht nicht alles täuscht sollte lädt und lädt und lädt und komplex ok gut gleich machen jetzt noch weiter mit bangles drew sample auto auf 99 sample bangles hat hektor die seite ist aber heute sehr lahm ich gucke mal schnell jungs wie die nummeriert ist die wo ist es denn impeccable hieß sie canvas creations könnte sehr tief limitiert sein schauen wir mal du bist moment 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 canvas creation da gibt es noch gold und platinum von ok schade ich dachte nur ein set matt ryan ist nummer 13 und die ist auch 10 limitiert sehr cool oder sind richtig gute spieler drinnen in dem set eigentlich nur super spieler in dem set also nicht schlecht glückwunsch an stefan all right next up is andre reed für die bills mirko und die bin ich mirko benjamin hat die bills 24 von 25 und card andre reed nächste ist legend boomer ist ja so und für die jets wow auf 49 sehr cool für die jets jets heute mit drei hits schon nice in der facebook gruppe nfl trading cards germany all right and the giants darius slayton für stefan gardner auf 75 der is the slayton rpa leider nicht daniel jones aber schon mal ein hit ok die machen am ende das ist die frame ja die europa silber eine letzte box ja wir bringen sie mal um oh mein kracher rookie bitte wir haben base für jalen ranzi und die jaguars noch zwölf von 50 jackson jaguars holger weiter geht's mit base jared goff auf 75 für die rams weiter geht's mit broncos noah band und hector schade schade schöne karte mit dem sticker irgendwie ein bisschen doof ne packen wir noch drauf Noah fan für die broncos und hector all right nächste hit geht an die packers schade green bay packers auf 99 benjamin all right nächste hit ist tyler boy für die bangles nice wow auf 49 on card auch eine sehr coole karte das ist victory signatures sie sieht geil aus bangles hector schöne karte cooles bild on card 49 sehr nice aber wir haben noch drei karten und zwar fangen wir an mit canyon drake für die dolphins on card 9 von 10 alex wow nice canyon drake auf 10 für die dolphins sehr cool und endlich mal ein guter rookie wie wärs mit die giants daniel jones very nice kommen wir so an card und fettes patch sehr cool leider nicht on card aber auf 25 5 von 25 daniel jones für die giants und stefan schöner patch sehr schöne karte 5 von 25 cooler patch eigentlich auch sehr schick ich hoffe es war keine direkte rpa aber und redemption kommt noch jungs also das heißt wir haben noch was nettes hier zum schluss viel glück dann schauen wir mal wir haben impeccable elegance rookie helmet and nameplate auto wow rookie helmet and nameplate auto wie sind die denn nummeriert die hören sich so selten an rookie helmet and nameplate ok lass mich mal schnell gucken ok lass mich mal schnell gucken rookie helmet wo sind die denn sind ein paar gute bei die sind alle auf 25 alle auf 25 jahre viel glück jungs komm schon geben uns einen guten jahr karte nummer 133 und das ist gary jennings jr gary jennings jr der sollte für die seahawks der sollte für die seahawks sein richtig very nice seahawks und die hat chris glückwunsch seahawks gary jennings jr bin mal gespannt wie die aussehen soll eigentlich ganz nice sein alright und die letzte karte jungs ist schon am ende hier ich hoffe sie kriegen kracher die letzte war nice mit der äh Adam Phelan auf ich weiß ja nicht genau wie viel die limitiert war alright here we go viel glück schauen wir mal fangen wir mal so rum richtig sieht blau aus ist auf jeden fall falsch rum so ist richtig viel glück geht an law law lawrence 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 taylor lawrence taylor nein sollte giant äh ja giant sein eli manning wow michael strahan and sakwan barkley wow jetzt bin ich mal gespannt was das boah die ist fett boah geiles teil auf 20 boom giants stefan geil congrats sehr geile karte für die giant giants mal richtig abgeräumt hier in dem break wow wow das war es schon für den break ich mache ein kurzes recap sehr coole karte quad ich wusste gar nicht jetzt sie jetzt quad gibt alright kurzes recap wir haben sie aus gary jennings jr auf 25 redemption noah fan für die broncos auf 75 wir haben kenyon drake auf 10 on card für die dolphins wir haben bangles tyler boyd auf 49 wir haben rashaun gary auf 99 für die packers jerek auf base auf 75 jaylon rams für die jacks auf 50 der ist layton rpa auf 75 für die giants wir hatten andre reed für die bills auf 25 drew sample auf 99 für die broncos joe flacco für die broncos wir hatten 1 von 5 davante adams für die packers one of one pretty plate jamal adams für die jets wir hatten on card auto harrison smith für die vikings auf 25 auf 75 paris campbell für die colts wir hatten miles gaskin auf 49 für die dolphins daryl johnston für die cowboys auf 75 on card auto earl thomas the third auf 75 base und für die cardinals auf 50 kurt warner die schöneren hits wir hatten nice canvas creations matt ryan für die falcons auf 10 limitiert sehr schönes ding daniel jones rookie patch auto auf 25 leider sticker aber trotzdem sehr nice für die giants wir hatten joe nick bosa sorry nick bosa auf 75 rpa für die 49ers wir hatten für die jets auf 49 boomer ist jason sehr schön für die jets on card auto und wir hatten dieses fette ding hier für die giants auf 20 limitiert silver plate lorence taylor eli manning michael strayham and sacron barclay auf 20 sehr geile karte auch wenn sie sehr dick ist also das war es für den break ich muss hier noch einen snap holen also das war es für impeccable overall eigentlich ein ganz schönes case 3 teams waren aber leider sehr gut dabei das waren die gianty dolphins und welche noch noch ein team war es giants dolphins und noch eins ich habe es vergessen ok also das war es für nfl week 7 break morgen kommt nfl week 8 break prism 2019 picker team case break nummer eins genauere infos kommen noch in der facebook gruppe also danke an alle fürs mitmachen ich hoffe es ihr nächstes mal machen peace